Pferdefleisch in der Lasagne, Bio-Eier, die keine sind und Schimmelpilz im Tierfutter. Fast wöchentlich ereilt den Verbraucher ein neuer Lebensmittelskandal. Und die große Frage ist, was kann man jetzt eigentlich noch essen? Die Verbraucher sind zu Recht verunsichert. Egitt-Essen, Lebensmittelskandale und kein Ende? Darüber diskutiere ich heute Abend mit meinen Gästen um 22.15 Uhr in der Phoenix-Runde. Seien Sie dabei, diskutieren Sie mit auf Facebook oder per Mail.